Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Prototype 2. Wir sind anscheinend im letzten Bosskampf. Ich weiß es nicht, es könnte sein und... Es geht gegen Alex Mercer. Mal sehen, inwiefern wir jetzt wieder versagen werden. So, versuchen wir das mal. Das scheint ja schon mal ein bisschen was zu bringen zumindest. Nein, warum drücke ich denn immer die falschen Tasten, ey? Jetzt habe ich Y gedrückt, weil... Okay, er stand in der Luft. Eben stand da was anderes, da stand da... Ist doch egal. Nein, ich... Ja, danke. Und das zieht mir jetzt wieder und endlich viel Leben ab. Na ja, war ja klar, danke für diesen Finisher. Du bist ein Wichser, danke schön. Ich bin ausgewichen. Du bist echt ein Wichser, mein Freund. Ich hasse dich. Das könnte echt noch ziemlich schwer werden. Man muss die ganze Zeit seinen Attacken ausweichen, sonst kann man das hier gar nicht schaffen. Ja, genau. Ja, genau. Ja, ja, genau. Von wegen. Ich weiß auch nicht, wie kann man sich denn hier bitte aufladen? Oder kann man sich hier gar nicht aufladen? Ist das einer von den unfairen Kämpfen, in denen man sich nicht aufladen kann und das dann alles so schön mit einem Mal einer Lebensleiste schaffen muss? Komm schon. Fuck. Ich muss ihm nur mal lange genug ausweichen. Dann habe ich nämlich schon viel erreicht. Denn meine Leben regenerieren sich ja langsam. Wenn auch nur wirklich langsam. Komm schon. Nein, bitte nicht. Und was? B. Okay. Ich glaube, wir haben ihn. Wir haben ihn, oder? Wir haben ihn. Haben wir ihn? Haben wir ihn? Bitte haben wir ihn. Bitte. Aber nicht mit so wenig Leben, oder? Okay. Checkpoint erreicht. Ich bin hochgesprungen. Wichser. Aber es sieht schon besser aus als eben. Auf jeden Fall. Um einiges. Komm schon. Es muss sein, dass ich nicht zu weit fliehen darf. Okay, Moment. Wir versuchen es mal eben an das. Jetzt hat er nämlich die Ranken genommen. Das heißt, ich versuche mal das. Und die Hammerfäuste. Und hoffe auf gut Glück. Das. Ja, das wirkt schon mal. Ah, blocken. Perfekt. So muss das laufen nämlich. Und jetzt bin ich ausgewichen. Weil ich wusste, dass sowas kommt, habe ich schon aus Reflex A gedrückt. Aber er ist nicht ausgewichen. Ich bin der Vater der neuen Welt. Jetzt weiß ich, dass du nur versucht, mich zu schuld machen kannst. Komm schon. So schwer kann er doch nicht zu besiegen sein, oder? Willst du mich zu schlafen? Ich kann mich zu schlafen, wenn du möchtest. Nicht lange jetzt, Lexi. Puh. Puh. All für nichts. Willst du mich jetzt verarschen? Was war das denn bitte? Das war ja mal richtig unfair. Naja. Zum Glück habe ich in der Nähe einen Checkpoint gehabt. Gut. Die Hammerfäuste funktionieren schon mal gut. Aber was... Ja, dank... Ja... Puh. Okay. Eigentlich kann ich mich jetzt schon wieder direkt töten lassen. Mache ich nämlich auch. Weil das bringt jetzt schon nichts mehr. Ich habe jetzt schon zu wenig Leben, deswegen... Na komm, töte mich bitte einmal. Das ist jetzt schon für mich ein hoffnungsloser Fall. Komm schon. Und jetzt springe ich noch einmal weg. So. Das darf mir nämlich auch zum Beispiel nicht passieren. So, ich bin jetzt tot. Ich weiß. Das war Absicht. Ja, mal gucken, wie lange dieser S-Ball... 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 Endkampf dauert. Ich hoffe einfach mal nicht zu lange. Ah, warte. Er sagte, wie schnell ich mich anpassen kann. Vielleicht. Okay, ich versuch's. Vielleicht will er. Gut. Das ist schon mal nicht gemeint. Kreativer. Okay. Was könnte gegen diese Form helfen? Das, was ich sonst noch nie benutzt habe. Die Ranken. Ah, das sieht doch schon gut aus. Komm schon, James. Mach's für Maya. So. Jetzt wird ihm hoffentlich wieder ein bisschen was abziehen. Scheint sogar so. So. Mies. Nein. Nein. Wie unfair das wieder ist. Okay. Ich muss ihn einfach nur einmal eben... Genau, das meinte ich nämlich. Was macht er jetzt schon wieder? Komm schon, das kann's doch nicht sein. Das kann doch nicht so schwer sein, diesen Wichser hier. Oh. Ich probier mal eben... Was probieren wir denn mal? Die Ranken sind ja schon mal ziemlich gut. Ja, eigentlich hilft gerade nichts anderes als das. Weil eben... Die Ranken... Äh, die, die... Nice try. How you like me now, Emo-Fuck? Oh, pfu. Ich versuche, ihm jetzt einfach mal länger auszuweichen. Nee, oder? Nicht schon wieder. Ah. Gott, ist das schwer. Weißt du, das ganze Spiel über das alles so extrem einfach. Und den Endkopf... Äh, den Endbosskampf... Den hauen sie natürlich wieder. Da hauen sie wieder richtig auf die Kacke, ne? Wie klar das ja eigentlich war. Weil ich meine... Die, die, die können ja nicht anders, ne? Ich meine, die sind halt... Das sind Spieleentwickler. Die müssen irgendwie auf die Kacke hauen. So. Aber die Runde sieht auf jeden Fall auch schon mal besser aus, als die eben. Was macht er jetzt? Ich habe es besser. Ah. Nein. Wichser. Macht er einen Bodysurf auf mir, oder was? Was machst du diesmal? Ich bin doch gesprungen! Wie unfair ist das denn bitte? Ja. Toll, geil. Ja, und er... Ich könnte kotzen, ne? Wenn er eine halbe Stunde braucht, um aufzustehen, oder einfach nicht das macht, was man sagt. Weißt du, man drückt A, also nach rechts und A, damit man ausweicht. Und was macht er? Bleibt einfach auf der Stelle stehen und wird getroffen. Ist doch klar, dass man da nichts schaffen kann, ey. So. Jetzt nochmal das. Hat nichts gebracht. Müssen wir erstmal paralysieren. Dann. So. Try again. Schon wieder nicht. Ey, warum weicht er denn nicht aus? Geht doch. Junge, Junge, Junge. So. Ach, schon wieder. Ich drücke in die Richtung und A, ne? In die ich ausweichen will. Und was macht er? Er macht einfach gar nichts. Das geht mir so richtig auf den Sack. Ja, jetzt nimmt er mich wieder. Dankeschön. Ja, danke. Ja. Da, schon wieder. Was macht er denn? Mein Gott. Boah. Ja, genau. Ey, irgendwas stimmt da nicht. Ganz ehrlich mal. Ich drücke genau die Tasten, die die von mir verlangen und es passiert einfach nichts. Was ist das denn bitte? Da steht A zum Ausweichen. Ich drücke A und es passiert nichts. Er wird trotzdem getroffen. Wie sinnlos und scheiße muss ein Spiel eigentlich programmiert sein, damit sowas passiert? Na komm. Ja, okay. Dann weiß ich immer, dass ich ihn nicht packen kann. Danke. Ja, ist ja gut. Ich hab's verstanden. Du kannst mich auch mit einer Attacke, kannst du mir so viel abziehen. Ich weiß. Ja, du bist ein Held. Toll. Nein, tu ich nicht. Halt die Fresse. Du bist ein Dixer. Ey, dieser Endbosskampf fuckt mich ein bisschen ab, ne? So, was macht er diesmal? Einmal blocken. Und das hier tun. Komm schon, ey. Das muss doch langsam mal gewesen sein. Na komm. Komm. Komm her. Ah. Es ist so unfair. Ich drücke genau das, was die von mir wollen. Ich drücke A zum Ausweichen. Und der macht es aber nicht. Scheiß Wichser, ey. Jetzt ehrlich mal. So, komm. Bitte war's das. Du solltest du dein Blatt gehalten haben. Das muss es doch erstmal jetzt gewesen sein. Noch eine Form und danach ist Schluss. Wissens, hab ich jetzt schon wieder einen Checkpoint. Checkpoint erreicht. Ach, und jetzt kann ich ihm mit nichts mehr schaden, ne? Ja, klar. Ja. Was soll ich jetzt tun? Ich hab nicht mehr viele Waffen. Ah, jetzt kommt die Klinge, oder was? Ja. Okay, anscheinend ist jetzt die Klinge die Waffe der Wahl. Okay, das war doof. Was tut er? Ausweichen. So. Musik ist richtig geil. Also, ich glaub, das hab ich ja schon mal gesagt, ne? Dass ich diese Musik unter Malo einfach... Das hab ich ja, glaub ich, schon mal gesagt, dass ich die Musikuntermalung in dem Spiel einfach bombastisch finde. Wo hab ich eigentlich die Leben wieder her? Okay, jetzt weicht er also aus. Das heißt, ich mach das und das und das. Puh. Ja. Was machst du diesmal? Funktioniert das? Nein, natürlich nicht. Ich konnte nicht auch denken, dass das funktionieren würde. Aua. Ja, tut's. Komm, ey, das muss es doch langsamer gewesen sein. Okay, er macht noch was. Was ist es diesmal? Ausweichen. Und das war's. Das war's mit dir. Das war's mit dir. Bitte. Entweder nächster Checkpoint. Oder ich hab ihn endgültig. Nächster Checkpoint. Was kommt jetzt. Ah, okay. Ich seh schon, wir hoffen, dass das hinausläuft. Okay. Tja, Mörser, das sieht nicht gut aus, ne? Würde ich mal sagen. Ach, du Scheiße. Ich muss es einfach tun. Ich weiß nicht, ob man noch einfach nichts tun kann, aber naja. Das ist kein Mensch, aber dein eigenes Problem. Du verstehst das. Ich verstehe, dass ich ein Bruder habe. Ein Mann namens Alex. Ein Mann, der hat mich gespielt, mit mir, mit mir, mit mir, mit mir, mit mir, mit mir, mit mir. Ich verstehe, dass das Alex jetzt ist. Ich bin noch nicht mehr verbunden für Leben oder Tod, Dana. Ich bin noch nicht mehr verbunden. Heller hat es auch. Er hat es noch nicht. 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 Maia. 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 Are you alright? Was machen wir jetzt? Ja, meine lieben Freunde, das war's mit Let's Play Prototype 2. Ein, wie ich finde, gebührender Nachfolger zum ersten Teil. Extrem geil ausgedachte Story, die ganzen Wendungen, die drin waren. Auch das Kampfsystem, also jetzt abgesehen von der Story, Kampfsystem mäßig extrem geil. Die neuen Waffen, die eingefügt wurden, ich glaube, es war ein oder zwei neue Waffen. Es war einfach ein rundum perfektes Paket, finde ich. Das Spiel hatte richtig Spaß gemacht. Klar könnte man jetzt sagen, die Missionen waren einseitig. Hier mal ein bisschen was zerstören, da mal ein bisschen was suchen. Aber mir hat es echt extrem Spaß gemacht. Ich hatte wirklich richtig viel Spaß mit diesem Spiel. Und ich schätze mal, ich werde es privat auch nochmal zwischendurch ein bisschen zocken. Vielleicht nicht nochmal ganz durchzocken, weil das ist dann doch schon ein bisschen krass, wenn ich es jetzt nochmal durchzocken würde, weil es halt schon ziemlich lang war von der Spielzeit her. Aber es hat mir auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Ich schätze mal, hiernach werden noch ein oder zwei Parts kommen, in der ich die letzten... Na, wie heißt es hier? Die letzten Blackboxen suche. Ich weiß nicht, ob man hiernach noch weiterspielen kann, ob es hier noch ein freies Spiel gibt oder so. Ich hoffe es einfach mal, dass es hiernach noch ein freies Spiel gibt, dass man noch ein bisschen in der Stadt rumlaufen kann. Ja, ich sage einfach mal, bis zur nächsten Folge von Let's Play Prototype 2. Obwohl, sagen wir lieber, bis zur nächsten Folge von meinem neuen Let's Play. Ich habe schon was in Planung, ich weiß noch nicht, wann es kommt. Vielleicht in ein paar Tagen, vielleicht in ein paar Wochen. Es ist auf jeden Fall geplant. Ich sage, einen schönen Tag noch, schönen Abend. Das war Let's Play Prototype 2 mit mir, dem Vayne Let's Play. Wenn es euch gefallen hat, abonniert, kommentiert, drückt, gefällt mir. Keine Ahnung, was ihr wollt. Ich verabschiede mich mit diesem grandiosen Spiel. Mit dieser grandiosen Musik. Ciao. Ich weiß, wie ihr wollt. Ich挺 euch. Ich gehe raus. Ich seja, wir sehen uns gleich. Ich bin euch. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020